Joy Womack Eine der ersten Amerikanerinnen, die je an der renommierten Bolschoi Ballett Akademie aufgenommen wurden. Hallo, ich bin Joy, die Amerikanerin. Alle hier fragen sich, wie du es hier reingeschafft hast. Die Kompanie ist wie ein russisches Königshaus. Auf dem Mond tanzen zu wollen, ist leicht dagegen. Und, sehr schön, échappé. Eins, zwei, drei, vier. Fouette, 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 fouette. Du hast Talent, aber du tanzt wie eine Amerikanerin. Wir reden hier über das Bolschoi, meine Lieben. Ich glaube, alle hier hassen mich. Ich will von euch mehr Seele sehen. Warum hast du deine Augen geschlossen? Manchmal reicht es nicht, du selbst zu sein. Dann musst du jemand anderes werden. Jemand Besseres. Was würdet ihr für die Rolle tun? Wie viel von eurem Leben seid ihr bereit, dafür zu geben? Russische Präzision, amerikanisches Feuer. Was ist die Wahrne für ein Idiot? Wie kann er dich nur übersehen? Alles nur für deinen Scheiß Ballert! Ah! Schatz, hör auf hier, lass es! Ihr haltet mich immer noch für ein kleines Kind, aber das bin ich nicht mehr! Das hier bin ich! Und ich will, dass ihr stolz seid auf das, was ich jetzt bin! Ich wollte einfach nur tanzen.